Wo ist die Peps? Da, wo ist die Peps? Ja, die Peps. Sieht ja schon mal witzig aus. Achso, ich wollte den Strom deaktivieren. So ungefähr. Ich will auch mal kurz speichern. Was ja super funktioniert hatte. Mal gucken, wie kommen wir da hoch? Hier gibt es doch bestimmt irgendwo was. Da kommt man doch bestimmt irgendwie hoch. Bestimmt. Da muss man sich wahrscheinlich einen Weg hoch bauen. Dann machen wir doch da einfach mal. Das hier. Ähm, wird schon irgendwie klappen. Da setzen wir den hier noch ein bisschen näher ran. So. Ach, da haben wir noch eine Kiste. Verdammt. Verdammt. Äh, komm. Einmal raus hier, Kiste. Ich dachte raus hier. So. Das hier. So. Schlechter Griff. Naja. Äh, haben wir sonst noch irgendwo Kisten, die wir gebraucht können dafür? Da nicht, da nicht. Äh, hier haben wir kleine Kisten. Egal, nehmen wir mal mit. Ich will da hoch. Egal, egal wie. Mal gucken, was da oben ist. Ach, guck mal. Ich komm sogar schon hoch. Perfekt. Brauche ich mal das hier. Wupp. Wupp. Bin ich schon oben. Äh. Ja, keine Ahnung, wo ich gerade runtergehe, aber okay. Wäre ich schon merken. So. Das war die Abkürzung. Hat sich doch super gelohnt. Was ist denn hier hinter? Jawohl. Täubungsfeiler. Können wir gebrauchen. Elektronen rein. Äh. Sonst nix. Okay. Also. Auf geht's. Äh. Da ist der Schleiter. Da. Ich bin ein bisschen blind. Jensen. Was genau suchen sie eigentlich? Eine Überwachungsaufnahme. Fran Bruggen hat gesagt, er hätte sie irgendwo auf einem Server gespeichert. Er hat bestimmt den Datenkernraum gemeint. Höchste Sicherheitsstufe. Einige Stockwerke. Ich muss mal kurz was machen. Ich muss mal kurz so. Über der Stelle, wo sie den Aufzug verlassen. Aber die ersten Gänge sind noch öffentlich zugänglich. Sie sollten also ihre Waffen wegstecken. Verstanden. Okay. Und weg. Ja. Wir sollten lieber nicht mit Waffen rumlaufen. Machen wir glatt. Die obersten sind... ...noch frei zugänglich. Irgendwo hier ist wieder so ein Kackroboter. Da gehe ich hier aber nicht dran. Das ist inakzeptabel. Ich muss sofort ins Leeds hinlabor. Ja. Ich habe also versucht, den Riegel rauszufassen. Daher muss ich. Okay. Ich glaube weniger, dass ich ja freiwillig hinkomme. Und mir großartig Stress anzuhängen. Tschüss. Gucken, was haben wir denn hier? Da können wir mal knacken. Da können wir nicht rein. Ach ne, müssen wir jetzt hacken. Okay, machen wir gleich. Äh, ja. Sonst haben wir hier nichts. Außer da zu hacken. Brauchen wir gar nicht. Liegeng Zugangspass. Äh, für Liegeng Labor. Oh, la la la. La 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 la. Ja. Okay. Hacken. Einmal weiter. Komm, schnell. Hacken. Hacken. Wir mit den Hacken. Leute, das ist doch ein schlechter Scherz mit dem Hacken hier, ne? Aber hier gibt es viele Sachen. Oh. Oh. Oh, verdammt. Zugriff gewählt. Aber wir haben viel eingenommen. 100 Dollar. 100 EP. Ein New Virus. Ein Stopp-Virus. Oh. Eine, wir haben 105... Wir haben insgesamt 200... Ne, 100 eingenommen. Auch 100. Ja, ich fahre ein bisschen durch den Wind. Schön. ской dieser vollen казuar vorläufig weil es somit 술 0 Buyowie aber kommen wir schon wieder gut Growl Mh... Okay... Ähm... Da haben wir einen Computer... Müssen wir hacken... Okay... Äh... Gucken wir doch mal... Dahin müssen wir... Verdammt... Schon entdeckt worden... Boah... Eieieiei... Zugriff gewährt... Die machen mir mein Leben so schwer... Militäraugumentierung... Boah... Dahin den muss ich... Ähm... Ich glaube... Ich bin gern, dass ich hier drinnen sein darf... Hehehe... Ui... Laufen! Eins, zwei... Eins, zwei... Eins, zwei... Eins, zwei... Da haben wir... Ein PDA... Ähm... Ja... Das war klar... Das war klar... Das war klar... Verdammt... Oh... Oh... Mann... Mann... Oh... Also, nicht reingehen... Weil die an uns sehen... Hm... Ähm... Da sich... Da sie sich mit Hilfe des Glas schüttern... unsichtbar mag können wir können uns tarnen da muss ja mal direkt reingucken wir können uns tarnen smart vision durch wände sehen tarnsystem ja werden sie vorübergehend unsichtbar sind immer noch zu hören denken sie kunden pro energiezelle dazu müssen wir erst mal unsere energiezellen steigern dann jetzt kommen wir nicht weiter mit jetzt können wir erst mal hinspringen wir haben jetzt alles wieder neu hängen akzeptabel ich muss sofort da und da kommen wir nicht da war glaube ich hier rein ach also nur kisten okay ach gut das hätten wir übersehen oder auch nicht das wäre egal gewesen ne hecken tue ich nicht wenn der da hinten steht das ist mir ein bisschen zu riskant lesen war hier nichts mehr nein ok aber hier wieder reinhacken ja flott flott verdammt verdammt